Anka sagt, ich soll Tobi filmen, wie er wartet. Achtung. Ja, hier, er wartet schon die ganze Zeit. Wollt ihr Tobi sehen? Ups. Das ist Mr. Tobi. 19 Jahre und 3 Monate. Guck da, Tobi, er will nicht. Er ist interessiert in diesem Paket. Tobi ist im Fernsehen. Ich hab schwarze Sachen an und setz mich jetzt hier auf. Ach, toll. So, was machen wir jetzt hier? Tobi? Ja, Tobi, wollen wir? Wir sind Anka und Ossi. Wir sind Anka und Ossi. Und wir sind Catfluencer. Catfluencer, guck mal, was er macht. Oh, 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 ich muss mich Bart wachsen lassen, wenn er auch so was macht. So, geht das? Soll ich anfangen, hier die Seite, oder willst du sie bringen? Ja, mach du. Ja, Katze weg. Gut, nochmal kurz zurück im Gesicht. Er bleibt ja hier, weil wir werden euch gleich zeigen, was hier drin ist. Boah, sieht das geil aus. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht, diese Unboxing-Sachen, aber die Leute finden das wirklich geil. Wir sind toll und das haben wir uns gedacht, das machen wir jedes Mal. Wir haben wieder von The Better Cat Nachschub bekommen. Kann man das sehen? Ja. Ich habe die Produktpräsentation eingestellt. Better Snake. Wir hatten nämlich kein Trockenfutter mehr. Und da habe ich geliehen Menschen von The Better Cat angeschrieben und habe gesagt, wollen wir nicht wieder ein schönes Video machen? Dafür schickt ihr uns Trockenfutter. Viele Katzenliebhaber, Katzenfreunde, Katzenhalter mag ich nicht so gerne das sagen, weil Katzen sind ja... Unsere Familien. Unsere Familienmitglieder, genau. Also die lieben Familienmitglieder in Form von Katzen werden ja oftmals ja ausschließlich mit Trockenfutter gefüttert. Und wenn die nicht genug trinken, haben die ein Problem. Genau. Und zwar mit Nieren. Das ist sowieso so ein Katzen-Ding. Das ist sowieso ein Katzen-Ding, gerade wenn die älter werden und die Leute füttern die nur mit Trockenfutter. Und darüber hinaus muss man auch zusehen, dass man, und das ist unser voller Ernst, dass man, wenn man Trockenfutter gibt, also wir füttern trocken und nass, auch von The Better Cat beides, dass man, wenn man Trockenfutter gibt, dass es auch wirklich Premium-Trockenfutter ist, dass die Zutaten auch wirklich amtlich sind. Und das ist hier wirklich der Fall. Da haben wir richtig geguckt. Da haben wir richtig nachgeguckt. Und Tobi ist 19. Das ist das beste Beispiel dafür. 19 und 3 Monate. 19 und 3 Monate, genau. Kein dummes Zeug drin. Aus 98% frischen Forellenfilet. 98% Wirklich. Also das ist schon amtlich. Und Tobi liebt das. Und Tobi liebt das. Wir geben ihm gleich was. Wir packen aber erstmal alles aus. Ja, ja. Okay. Wir haben hier fresher Fish. Trocken Forellenfilet. The Better Snack. Das sind so fluffige Dinger. Die sehen wirklich aus wie diese Pufuletz-Kuburin. Er spricht Rumänisch. Er spricht Rumänisch. Ja, genau. Er geht schon bei. Er will es schon öffnen. Er will es schon öffnen. Geben wir ihn gleich. Schade, dass wir das nicht filmen können. Ja, gleich, gleich. Wird. Er ist schon dabei. Warte, warte, warte. Ich halte es. Wie geil. Ah, das ist cool. Wir wollten eigentlich kein Nassfutter, aber die haben uns trotzdem welches geschickt. Die liebt. Danke, danke, danke. Wir haben, aber das ist Rind pur. Rind pur, aber die sehen da schon. Tück, 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 tück. Das liebt. Das ist das Hauptmenü von Tobi. Und zwar der Hohen pur. Er liebt das. Du kaufst ja auch ab und zu mal Hühnchen. Ja, einmal pro Woche kaufe ich Bio-Hühnchen. Da wird das gedünstet. Forelle mit Huhn. Ah, das mit Huhn zusammen. Ja, Forelle mit Huhn ist geil, ne? Ja, aber danke dir alles. Und dann können wir Tobi verkosten. Tobi, komm hoch. Zacker, zacker. Also, ja. Guck, 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 guck. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. So. Oh, ist der süß. Da können wir nicht zu viel davon geben. Ja, weil er hat heute schon bekommen. Ja, sicher. Aber. Also, liebe Freundinnen und Freunde, sehr zu empfehlen von unserer Seite. Das ist richtig gut. Ihr seht, wir machen keine Werbung für Sachen, die wir selber nicht gut finden. Also, sei es Produkte, die wir selber verwenden. Sei es im instrumentalen Bereich. Sei es, was Getränke oder Nahrung angeht. Guck, 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 guck. Und das Gleiche gilt natürlich auch für unsere... Aber wenn Sie das nicht sehen können. Also, sieht man das? Na, sieht man ein bisschen. Na, klar, doch, sieht man, sieht man, sieht man. Und jetzt habe ich den vier Stück gegeben. Und das gilt auch für unsere Kätzchen. Für Tobi, für Miu und Winston. Die jetzt gerade schlafen. Ja. Aber Tobi ist ja meistens hier bei uns im Studio. Ja, der will immer dabei sein. Das ist der, übrigens, der ist unsere Produzent. Der ist unser Produzent. Also, ihr Lieben, seid lieb zueinander. The Better Cat, wirklich grandiose Empfehlung von uns. Schaut euch mal die Produkte auf. The Better Cat auf der Homepage. Und wir verlinken das hier auch gleich nochmal. Und schöne Grüße. Schöne Grüße. Seid bitte lieb zueinander. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach. Kein Arschloch zu sein. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020